Weil, wenn die Taste nicht aktiviert war. Ich hab ja Pause gemacht. So. Schön, wenn ich von meiner netten Familie unterbrochen werde. Also, wir haben auf jeden Fall Outtakes in diesem Video. Ja, das auf jeden Fall. Oh mein Gott. Das kostet mich doch schon gar nicht. Ich weiß, dass... Ach. Oh mein. Wow. Wann stellt er sich da an? So. So, weiter. Ah, jetzt kommen diese lustigen Dinger. Zum allerersten Mal jetzt. Stimmt, die kommen voll selten dran. Ich will nicht zerquetscht werden. Weile nicht. Weile nicht in die Schlucht. Das war so klar. Gut, dann bin ich zufrieden. Ich hab's schon bemerkt, als es mich getroffen hat, dass ich in die Schlucht fallen werde. Aus geht's. Dein Level. Ha, ha, ha. Hoffentlich wollte ich diesmal nicht in die Schlucht fallen. Jetzt war ich's nicht mit Absicht. Ha, 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 ha. Okay, das heißt... Wow. Wenn ich jetzt in die Schlucht fallen, dann kommt es, glaube ich, in die Outtakes. Ne, das bleibt sowas von drin. Stimmt, okay, doch. Wir wollen ja alles zeigen. Ja, der Outtake war auch die Outtakes. Fast alles noch gezeigt. Ja, fast alles. Oh, diese Schlucht haben wir nämlich nicht. Die sind unbekannt. So, und wehe, du schaffst es jetzt in diese verdammte Röhre rein. Verdammt nochmal. Da ist aber ne Yoshi-Münze. Du musst auch nach oben drücken. Hab ich. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. In die Röhre geschaffen. Äh, das war dämlich. Das kannst du ja ganz wenigstens nicht mehr holen. Na und? Ich hätte mich erst noch ein paar Mal drehen lassen an deiner Stelle. Na und? Na und? Wird dann nur 50 Leben, äh. Wohin, zwölk, 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 zwölk. Echt? Weiß nicht. Willst du nicht riskieren? An deiner Stelle. Stimmt, so auch nicht. Nicht das Level auch ab. Oh, da spart man aber ganz schön viel vom Level her. Sogar der Mittelpunkt. Auf jeden Fall anscheinend. Vergessen. Naja, ist nicht. Saugut. Oh nee, jetzt hab ich extra... Egal. Danke, Pascal. Ist doch nicht schlimm. Du hast doch nichts verschwendet. Da kommt doch jetzt vielleicht wieder so ein Block. Schlimme Feder, dann siehst du. Meine Blume würde in dem Level auch nicht viel bringen. Hier brauchen wir eine Feder. Unbedingt. So, schau, bist du schon wieder da. Und ich hab das ja nicht so reich gemacht. Da ist auch ne Dings drin. Lass sie zu dir ruhen. Ah, daran erinnere ich mich auch noch. Die Feder ist damals... Ich hab unten auf die Feder gewartet und die ist damals genau so geflogen, dass sie an mir vorbeigeflogen ist. Vielleicht erinnerst du dich noch. Ah ja. Geschafft. Lass sie den Block einfach. Lass es. Da brauchst du den Yoshi-Mänze. Komm schon. So gut. Und? Zu deinem Leben. Und jetzt musst du fliegen. Echt? Oh ja. Nein. Warum machst du das? Warum tust du sowas? Das hätt ich jetzt mal nicht vergessen, dass das hier hinten war. Ich warte. Damit du weniger Punkte kriegst. Nein, weil du schon fertig bekommst. FUDI! Alright. Piep. Weißt du? Von solchen Let's Plays voll gut Werbung für irgendjetzt was machen kann. Du musst aber mal bei den richtigen Ausgang nehmen, ne? Weißt du? Ja? Für den Rundgang. Fälle Frage. Hattest du alle? Ja, ich glaube. Ja, du hattest, glaube ich, alle. Guck, sehen wir ja dann. Ganz ziemlich sicher. Also, Pascal. Also, die Burg ist eigentlich nicht schwer. Ich weiß. Ich mag die sogar eigentlich ziemlich gerne, um ehrlich zu sein. Ich auch. Ja, ist nur schwer. Darum mag ich auch in der Moselburg dieses Talmon gegen die Macht immer darf. Ja. Genau. Und wir machen natürlich nicht so lame das Seitentor wie... man zum Beispiel machen kann, sondern wir machen es richtig. Ja. Aber ich aktiviere es so. Ja, natürlich. Klar. Gehört ja auch zu den 100 Prozent. Ja. Oh, da kann man gar nicht so viel höher. Wir haben schon fast die 100. Wir sind schon bei den 90. Oh, das glaub ich schon. Na ja. Hier ist noch so viel. 80. Weil hier gibt es keine Prozent. Ah, ah, ah. Wow. Da könnt ihr uns vorstellen. Wie ist das? Eigentlich ist diese Burg nicht schwer. Ja. Nee, ich hab schon wieder sowas. Aber hier ist alles gerade. Alles auf einer Höhe. Ja, aber dafür zweifeln müssen. Na und? Warte mal! Nein. Und Pilz weg. Die landen eigentlich immer in der... Ja, die können ja auch was anhaben. Ich weiß. Ach, Mensch. Ach nee. Ich könnte doch vielleicht den Level berühren. Nein, du musst den anderen Level machen. Ach so, dann bin ich sicher. Ja, dann mach den danach. Mal erst mal die Festung jetzt. Ja, ich glaub die ist auch nicht so schwer. Wir haben ja alles... Ah, hier kommt diese... Wir haben alle Switches. Ich weiß, wer hier kommt. Flammen. Ich nur. Wie du einfach mit Federn vollgebombst wirst, ey. Wow. Das muss meine Minuspunkte ausgleichen, die ich am Anfang gemacht hab. Ja, hier glänzt du gerade durch Skill. Und schon im Mittelpunkt. Wie gesagt, das ist ein einfache Fest. Das muss man schon sagen. Oh. Geh runter. Willst du winnen? Okay. Ja, hier, da wird's hier richtig einfach gleich gemacht. Dadurch, dass wir alle Switches haben. Na, das passt so. Welche Feder nehm ich? Lass mal die eine. Die andere. Und jetzt wird's wegen diesen Dingern hier zum Schleichen gemacht. Wow. Das... Du Lacker, ey. Okay, jetzt nicht noch mal. Okay, jetzt glänzt ich nicht mehr. Nee. Okay. Also vergisst einfach das Ende. Dann glänzt ich wieder. Das ist sicher. Das ist auch sicher. Da ist nur ein Finn. Da gibt's nur eine Feder. Und das war's dann nicht. Stimmt. Oh. Braunesburg. Ja, immer wieder was noch. Oh nee. Und die Farben, die wären doch nicht schwerer, ne? Die sind immer gleich. Das macht ja so langweilig. Wunderbar. Ja, so wollen wir das sehen. Schade. Wir haben doch noch nicht eine Teil, wo du gegen Irgita gewonnen hast, ne? Das müssen wir rein in die Outtakes. Mal sehen. Rein in die Outtakes! Jaja, genau. Du bist schon da. Ne, ach, da kommt auch der Will. Da kommt auch der Will. So, du musst ihr noch mal den einen machen. Ja, muss ich nicht. Doch, natürlich. Für die 100% aber auf jeden Fall. Ach so meinst du den? Ja. Natürlich. Ach, nur weil ich am Boss verreckt bin, ey. Wo der so einfach ist. Komm, du schaffst das rein. Natürlich. Natürlich! Du schaffst sogar noch keinen Dank. Ohne Problems. Und nochmal. Und nochmal. Nur Sicherheit halber. Ah, ich hasse diese kleinen Bewegenden. Ja. So, dann gehen wir direkt mit. So. Ey, das ist schon viel schneller. Ich schlobe. Diesmal ist das Ding auch hier unten. Boah, das ist so scheiße. Ich schlobe. Ich bin nicht. Danke für das. Hier strahlst du gerade. Danke schön. Ich habe irgendwie jetzt gefühlt in der Mitte. Gutes Gefühl. Jetzt links. Nee, wieder in der Mitte. Der letzte wird links. Meinst du? Nein, nicht. Oh nein. Rechts. Das war einfach. Die waren ja alle in der Mitte. Na und? Ich habe es geschafft. Hä? Boah, du hast nur dreiviertel 100. Leben. Ja. Maximum ist 99. Ja. Obwohl da locker noch genug Platz gewesen wäre für mehr Stellen, aber gut. Yay. Hey. Thank you. Sonst war es ja so einfach. Ah, der mischt das weg. Das klingt so cool. Misch. Du musst schon pixeln so dreimal. Wendy, äh, die Nullte, Cooper, in Cast Six, has sung her last song. Mario must meet her challenge. The challenge that is now before. Ich glaube, soll heißen Wendy O. Cooper. Ja, wahrscheinlich. There is us all alone. Nicht geschafft, da Pascal dich verlesen hat. Das geht nicht, wenn ich nicht atle. Ist ja schon klar. Das war auch so ein Angebot, den du so gerne vor Agi hießt. Pff. Also mach es mal den da, der Vollständigkeit habe. Immer der Vollständigkeit. 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 Ja, jetzt flieg. Flieg um ihn sein. Nein, was ist das? Ich hab schon alle gefasst. Ja, hast du. Ja, stimmt. Jetzt wäre da jetzt eine gewesen. Oh. Ja, da solltest du doch trotzdem der Fehler haben, ja. Und dann kannst du fliegen. Ich flieg lieber nicht. Warum nicht? Ach schon, da kommt ja jetzt auch noch Röhre, die dir dann den Weg versperren. Ja. Da, wo ich schon oft genug dran verrät bin. Du musst. Man fährt sich außerdem langweilig für die Zuschauer. Ja. Ja. Kein Mittelpunkt. Okay. Brauche ich nicht. Ich brauche halt nicht. Zumut für Mittelpunkt. Zumut für Mittelerin. Lass. Ja, damit wird es auch gleich weitergehen. Ups. Ups. Jetzt kannst du warten. Der war doch eigentlich okay. Geh doch weiter. Geh doch weiter. Geh doch weiter. Geh doch weiter. Ich bin gut. So, und jetzt hin. Du nimm den blauen Panzer doch mit noch. Der da unten war. Okay. Der dreht um so. Ja. Kriegst du wenigstens nochmal leise ins Gehen ab. Ah, scheiße. So nicht. Ich weiß. Ich weiß. Du kannst doch damit hochfliegen eigentlich theoretisch. Nein. Ich muss es ordentlich machen. Wie man sieht, habe ich den blauen Panzer mitgenommen. Das ist eine echte Proza. Oder Fäder. Diesmal kriegst du noch Fäder. Was hattest du beim letzten Mal im Leben bekommen, oder? Nein, da hatte ich ne... Blume. Ne, Blume kann man nicht vom Leben nehmen. 100 Pro, ja. So, dann gehen wir in den Rundgang. Gut. Ich mach schon mal das Sunkon Ghost Shit, ne? Ich hab's sowieso. Mit meinen 75 Lies. Nein, da geht's nicht lang. Und hier gibt's auch noch Sternen. Äh, Yoshi München, oder? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Ah ja, gibt es. Und die sind auch sehr fies versteckt. Ich weiß auch. Das ist bei diesem Teil, wo man so ewig lang runterfällt. Ach ja. Da sind teilweise welche versteckt. Und das finde ich ziemlich asozial, um ehrlich zu sein. Ich glaub, das sind sogar alle fünf. Muss ich mal schauen, ob ich mir die Mühe mache, die zu holen. Ja. Wo spielst du das denn? Ah. Ich glaub, ich lass mir die nach unten Taste drücken. Ah, hier kann man seine Schwimmkünste unter Beweis stellen. Ich glaub, die kommen gleich noch mal. Nein, nein, die kommen ja schon mal. Unschnell. So, mach mal. Ach, weißt du bei MMM? Ne, ich fand's bei MMM. Toi Kaizo 2. Da muss man ganz schnell durch die Räder springen. Jetzt. So, ich fliege. Ach, das ist ja gar nicht so. Ach, okay, jetzt. Uah. So, Nummer eins. Das ist saubreit. Wie sollen wir da alle kriegen? Ich hab schon nicht gepasst. Ne, nur zwei. Keine. Auch gleich fliegen noch diese ganzen Teile runter. Oh, ja. Ich erl' auch nicht. Nein, ich glaub, die sind schon unten. Wenn ich Glück hab. Okay. Okay. Oh. Gotcha. Drei. Ich weiß, es ist lame. Nein, nein, nein. Oh. Peter war super. Alles gut. Oh. Oh. Hey, noch ein Stern. Ich hab' erst die Hälfte gepackt. Ja, zum Glück. Jetzt hätten wir ja schon... Ach, da ist meine? Hier. Hier. Jetzt mal rein. Ich wär' jetzt nicht. Ich werd' gesehen, nochmal. Ah, jetzt fallen die. Da ist es ja. Das kann man fallen lassen. Ja, da gibt's bestimmt noch mehr Yoshi-Karns. Glaub ich nicht. Aha, da wird die ja vollständig, vollständig haben. Oh, dann können wir nochmal landen. Jetzt geht's in diesen Teil. Oh, aber einmal diese Teile runter. Wie gesagt, ich glaub, die sind schon runtergefallen. Nein, ich glaub, du löst die nicht mehr aus. Die kommen nicht. Eben. Nein, ich hör' die. Du willst auch keine werden. Egal. Oh. Nee. Das sind die Falle nicht. Gut. Wie gesagt, das war jetzt lame, aber wenn du eine Feder hat, benutzt man sie auch. So, und was meinst du? Schleben. Ja. Und alle Coins. Hab' ich glaub' ich noch nie geschafft in dem Sun. Los, Chip. Oh mein Gott. Ich hätt' jetzt nie gedacht, dass da was aus dem Wasser kommt. Wir haben ja schon nur drei gekriegt. So. Woher muss ich den Rest machen? Du machst jetzt noch den Rest von sechs.